Das Batterieblech ist jetzt drin. Hier blickt doch kein Schwanz mehr durch. Das hat noch gefehlt. Das hat noch gefehlt. Treibt mich noch in den Wahnsinn. Jetzt sind mir hier alle Stifte abgebrochen. Oh, was ist denn das? Was? Die Steine. Die Treibung. Die Treibung. Die Treibung. hier geht es gleich voll weiter mit voller geräuschkulisse moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hier wie ihr seht ich habe schon ein bisschen weiter gemacht und zwar bin ich gerade dabei dieses stück blech hier anzupassen und einzuschweißen das stück blech ist die batterie halterung die ich ja bei mir raus geflext habe weil sie einfach komplett verrostet war diejenigen die mir auch auf instagram folgen haben es vielleicht schon gesehen ich habe dieses blech von alex zu geschickt bekommen vielen vielen dank dafür alex geschenkt leute geschenkt wann kriegt man schon mal was geschenkt außerdem hast du auch per paypal mir eine spende da gelassen vielen vielen dank dafür also das geld fließt auf jeden fall in den bus schon quasi in die neuen kotflügel rein und vielen vielen dank dafür sein account name bus bekloppt auf instagram leute schaut gerne mal rein dann tun wir auch ein bisschen was für ihn und ja jetzt geht es los hier leute wir schweißen heute wir schrauben heute und wir passen heute kotflügel an ich habe mir kotflügel bestellt ich sage jetzt einfach mal china kotflügel weil es sind günstige nachbauten ich habe noch nicht komplett rein geguckt das machen wir zusammen und schauen uns gleich mal die kotflügel hier an gucken wie sie passen ob sie passen ob wir viel bearbeiten müssen oder ob sie doch von der qualität her gar nicht so schlecht sind das finden wir raus und außerdem bauen wir die komplette front wieder zusammen das ist das ziel in diesem video außerdem verbauen wir ein so genanntes wasserablauf set in die kotflügel einige werden es kennen und zwar hatte ich schon erwähnt gehabt kommen solche stopfen in den ablauf die dinger hier sind 3d gedruckt habe ich gerade das gefühl ja und dann den schlauch unten zur entwässerung aus dem radhaus unten raus aber dazu später mehr alle jetzt schon mal dicken daumen oben lassen und dann geht das auch schon los mit dem video viel spaß das meiste vom alten batterie halter habe ich schon raus getrennt jetzt werde ich die stellen blank machen wo ich den neuen batteriekasten ansetze und dann werden wir das ganze verschweißen und schauen halt mal wie gut wird das hinkriegen diesmal in welchen meiner letzten videos habe ich eigentlich nicht geschweißt es gibt kein video mehr ohne schweißen leute schlimm ist das aber was machen muss gemacht werden und dann machen wir auch schon das schweißgerät klar und dann geht das los hier so das batterieblech ist jetzt drin ich bin damit ganz zufrieden so sieht die naht hier oben aus hier ist nicht ganz so schön geworden und hier unten natürlich alles gleich mit brand und kokos eingestrichen wie immer den dieselfilter wollte ich eigentlich tauschen habe ich natürlich total verplant zu bestellen also habe ich jetzt keinen hier aber man kann ihn nachher auch von oben ist zwar blöd ranzukommen aber funktioniert auch dann werden wir jetzt die ganze kabellage hier ich hatte das bloß abgedeckt gehabt weil hier die stecker und so sind die ganze kabellage wieder jetzt rein fummeln das steuergerät wieder rein fummeln dann werde ich die bleche hier in die ganzen kanten und so noch mal mit fluid film fluten aber dafür muss erstmal branddruck hier durchtrocknen hier blickt doch kein schwanz natürlich eng dieselfilter wechseln so viel dazu kommst du nirgends mehr ran hier ja leider muss ich jetzt noch mein plus kabel tauschen weil ich dummerweise meins mit der flex erwischt habe ich nehme jetzt einfach fix das von meinem dieselbomber ich hoffe es ist genauso lang aber vom stecker her ist es genau dasselbe hier typisch vw so ich hoffe nur dass es von der länge her hinkommt ja supergau mir ist die schraube abgerissen vom anlasser verdammte scheiße das hat noch gefehlt das hat noch gefehlt jetzt kann ich nur hoffen dass der anlasser derselbe ist wie bei einer doka weil den habe ich noch liegen den anlasser und dann müssen wir den auch noch tauschen der bus treibt mich noch in den wahnsinn und ich weiß nicht ob wir das heute überhaupt schaffen hier die front einzubauen aber es gehört dazu leute zum schrauben gehört sowas dazu solche rückschläge ich meine ihr kennt das selber wahrscheinlich aber was willst du machen was willst du machen am besten jetzt noch eine schraube rund machen dann hast du ein hauptgewinn hier schön ist der auch nicht mehr aber er hat funktioniert das war die hauptzahl tatsächlich leute guckt euch das an gut dass man jeden scheiß aufhebt ob der jetzt wirklich funktioniert das gilt es jetzt herauszufinden wir bauen das ding jetzt ein und dann hoffen wir dass wenn wir ihn wieder komplett zusammengebaut haben dass er dann auch anspringt so anlasser ist wieder drin kabel noch dran und dann kann er endlich losgehen hoffe ich wenn nicht doch wieder was dazwischen kommt oh jetzt soll ich ihn doch wieder anklicken so ich müsste mal eine halten hier Ja, 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 ja. Kühler ist auch wieder drin sehr geil ganz schönes gefummel mit diesen haltern die hier drin sind ohne die abzubrechen gar nicht so easy aber jetzt sitzt wieder alles an seinem platz jetzt müssen wir halt wieder die ganzen kabel und schläuche alle wieder ordentlich verlegen und befestigen wieder aber vorher natürlich noch den träger festschrauben batterie ist mittlerweile auch wieder an ihrem platz ich hoffe ich habe alles richtig angeschlossen eigentlich sind alle kabel wieder dran wo sie auch vorher waren also bis jetzt brennt noch nichts das schon mal gut machen wir natürlich noch die batterie abdeckung wieder drauf irgendwie so hier mit der prüfer auch zufrieden ist ja jetzt fehlen nur noch kühlwasser muss ich auf jeden fall wieder auffüllen bevor ich das vergesse das wäre nämlich der supergau wenn ich das vergessen würde scheinwerfer rein natürlich und dann schauen wir uns mal die kopflügel an also ich bin gespannt ob das so passt wie es passen soll ach nee moment ich glaube es ist sinnvoller wenn wir erst die kopflügel dran machen oder sonst passt das ja hier gar nicht mehr oder liegt doch oben drauf also erst kopflügel leute dann wird es jetzt doch ein kopflügel dran machen oder sonst passt das ja hier gar nicht mehr oder liegt doch oben drauf schon spannend ich lasse erstmal trotzdem so hier jetzt hängen und wir packen den ersten kopflügel aus wie gesagt bei ebay gekauft alle beide zusammen als set 150 euro oder 145 oder irgendwie sowas jetzt bin ich gespannt ich halte sie jetzt erstmal nur ran also ich setze sie jetzt erstmal nur an und gucken wie gut sie passen und dann schmieren wir natürlich noch mal also ich habe hier schon ein bisschen eingeschmieden mit fluid film aber es kommt noch mehr ich werde auch im kotflügel noch mal ordentlich was rein machen damit es einfach nicht rosten kann zumindest den rost vorzubeugen ja wie ich sagte muss den scheinwerfer doch komplett rausnehmen wo ist denn mein ratchen mein ratschen 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 ersten problem ist auf jeden fall schon mal dieses spaltmaß hier weil hier unten liegt er komplett an und hier nach oben hin wird es immer das spaltmaß immer weiter dann haben wir hier ein riesiges spaltmaß das können wir aber vielleicht drücken müssen wir mal gucken vielleicht kriegen wir ihn irgendwie ein bisschen hingebogen dass das spaltmaß zumindest zur haube passt aber hier hinten wird echt beschissen hier hinten wird echt beschissen entweder flexen das raus flexen das stück ein bisschen umlegen wäre vielleicht eine möglichkeit ich muss sehen ich muss echt gucken also leute ich mache mir mal gedanken und passt das hier ein bisschen an und dann zeige ich euch das endergebnis so ja was soll ich sagen so vom weiten sieht es ja ganz okay aus oder also wir haben hier immer noch beschissene spaltmaße hier oben ist ein bisschen weit ab finde ich und hier unten wird er halt enger vielleicht kriegt man es noch ein bisschen rausgezogen das mache ich dann vielleicht später noch mal vom scheinwerfer her klar haben wir hier oben auch so einen dicken spalt aber eigentlich ist es jetzt nicht so verkehrt hier unten ist klar hier unten passt es auch nicht so wild da müssen wir halt gucken mit der stoßstange ob das hinkommt hier habe ich ein bisschen umgedengel mit roher gewalt hier dass ich den einfach weiter ran kriege weil der spalt halt immer größer wurde hier jetzt mittlerweile geht so einigermaßen aber natürlich auch nicht perfekt aber ich denke es ist nicht so wild allerdings musste ich die löcher die so drin sind die beiden musste ich selber bohren da waren gar keine vorhanden und das war auch ein bisschen tricky das auszumitteln wo genau diese löcher jetzt hin müssen aber jetzt ist er fest ich bin nicht hundertprozentig zufrieden aber es war abzusehen dass die nicht perfekt sind aber sie passen einigermaßen und ich werde hier auf jeden fall auch dran lassen wie gesagt das ziehe ich noch ein stück raus hier aber ansonsten ist eigentlich ganz okay ich muss ihn jetzt sowieso noch mal abnehmen weil ich den ja noch mal komplett ein jauchen wollte mit fluid film und ja jetzt müssen wir noch die andere seite machen mal gucken wie es da passt wie zu erwarten hier genau dasselbe spiel die oben viel zu weit ab und unten zu dicht dran und ich hoffe auch zu weit dran also werde ich hier wieder die kante so ein bisschen umbiegen so der kotflügel ist soweit angepasst aber jetzt machen wir erstmal das ablaufsystem bevor ich den wieder festschraube wird doch alles später als gedacht hier heute und das video wahrscheinlich auch wieder länger als gedacht aber ist halt so genau jetzt haben wir hier diese ponupsels hier jetzt muss ich mal gucken wie die hier reingebaut werden dichtung bitte zwischen mutter und karosserie legen mutter und schlauchschelle handfest anziehen den schlauch zum aufstecken auf die schraube und zum formen der biegung leicht mittels föhnen oder heißluftpistole erwähren ach das ist die dichtung hier leute guckt mal das ist eine dichtung die auch 3d gedruckt ist also so sieht zumindest aus hier kann man das sehen ich dachte das wäre ein plastik stück handfest, handrehen, nein was ist denn handfest? ob ich mich nicht mehr kann oder was? ich denke das sollte fuck jetzt sind mir hier alle stifte abgebrochen hier naja dann bauen wir erstmal den hier ein ziehen den nur baby fest nicht handfest sondern baby fest und hoffen dass der dann hält scheiße und sobald ich jetzt den schlauch aufstecke bricht das wieder oder was? oh ich riecht es nach bratwurst hier grillt jemand so verbaut ist der bums ähm ich würde das jetzt nicht schlechtreden das set aber aber nur weil mir jetzt hier die dinge abgebrochen sind es stand extra in der beschreibung drin das handfest anziehen ich habe mir das set geholt weil es einfach ich glaube sechs oder acht euro günstiger war als das von berg bullys aus geiz ich hätte mal doch das andere bestellen sollen weil da sind die dingern hier oben nehme ich glaube ich aus edelstahl ja aber jetzt brauche ich sowieso ein neues set weil einer fehlt mir ja jetzt und dann werde ich denke ich mal das von berg bullys nehmen natürlich fängt es jetzt an zu regeln Leute deswegen höre ich jetzt an dieser stelle hier auf also die komplette front ist wieder dran so sieht das ganze jetzt aus den ein oder anderen wird es auffallen dass es eine andere stoßstange als die die vorher dran war ich glaube es gibt zwei verschiedene sorten einmal diese hier die so ein bisschen eckiger und dann gibt es eine die so richtig rund gelutscht ist und die war hier vorher dran und die fand ich nicht so pralle also ich habe rausgekriegt dass es zwei verschiedene gibt und die ist einfach optisch schöner mit den kanten und ecken so wie es hier gehört hier grill ist jetzt auch wieder drin scheinwerfer sind drin und spaltmaße auf der seite gehen so lala kann man so lassen denke ich hier sieht es auch ganz gut aus vom scheinwerfer vom blinker her und ja stoßstange muss ich hier noch befestigen die ist hier noch nicht ganz fest sondern nur vorne geschraubt an der stelle sieht das jetzt so aus da muss natürlich Lack drauf sonst fängt das gleich an zu gammeln und von der spaltmaße her ja hier in der mitte ist halt ein bisschen weiter als oben und unten das ist halt das blöde daran was sagt ihr dazu leute optisch klar er muss lackiert werden wird er auch oh hier ist der grill noch nicht richtig dran ja wie gesagt es fängt gerade an zu regnen und ich habe noch nicht alles geschafft hier den grill muss ich noch festmachen hier fehlen noch zwei schrauben und ja so passt das hier auch ganz okay und auf dieser seite muss ich die stoßstange auch noch festmachen muss ich mir noch was einfallen lassen oh was ist denn das eine alufelge leute wo kommt denn die jetzt auf einmal her ja ich habe mir alufelgen geholt sie ist zwar schon etwas länger her die sollten ursprünglich auch auf die doka aber ich habe mir gedacht jetzt baust du die hier drauf wie findet ihr das optisch sie ist gut breit sag ich mal also sie schließt sehr gut ab gibt es auch eine abe für t4 und ich denke das könnte richtig geil aussehen mit der richtigen bereifung da habe ich nämlich auch was im sinn eine all terrain bereifung die habe ich tatsächlich auch schon da muss ich natürlich noch rauf ziehen und dann würde das wahrscheinlich richtig geil aussehen ich denke mal die höhe ist auch vollkommen okay für den bus mit all terrain bereifung sieht das denke ich mal richtig geil aus ihr könnt gerne mal sagen was ihr davon haltet ja wie gesagt es fängt gerade an zu regnen deswegen müssen wir hier leider abbrechen aber ich bin soweit fertig geworden halt die fresse und ja ich denke mal mit den alufelgen wird das ja richtig fett und was natürlich noch ansteht ist eine komplette lackierung das habe ich auch noch vor werde ich auch alles wieder selber machen und ja leute ich muss jetzt hier aufräumen weil wie gesagt es regnet und ich beende jetzt das video an dieser stelle ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe es ist nicht ganz so lang geworden und ihr seid bis zum schluss dran geblieben wenn ihr es noch nicht getan habt lasst ein like da lasst ein abo da und gerne kommentieren was ihr von dem ganzen projekt haltet langsam nimmt das ja auch wieder vormann ich finde eigentlich optisch sieht das richtig geil aus mit den felgen ich bin richtig happy wie gesagt es hat nicht hundertprozentig gepasst mit den kotflügeln kann ich sie empfehlen jein also wer basteln will wer nichts auf hundertprozentige spaltmaße gibt der kann sich die holen denke ich und ein bisschen anpassen aber ihr habt es gesehen da ist ein bisschen arbeit für notwendig und perfekt wird es dann immer noch nicht aber für meine zwecke reicht es also ich bin happy wir haben einiges geschafft und ihr merkt es schon ich kann wieder gar nicht loslassen von euch hier ich räume gerade währenddessen auf hier aber ich sage jetzt tschüss Leute haut rein bis zum nächsten video adieu